Vama-Shuddha-Padasana ist die linke reine Fußstellung oder man könnte auch sagen einfach im Stehen das linke Bein heben. Im Stehen hebe das linke Bein hoch und so bist du in Vama-Shuddha-Padasana. Damit es noch etwas graziöser aussieht, kannst du noch die Hände in Chin-Muttra geben. Du kannst die Hände vom Brustkorb falten oder auch die Hände in Chin-Muttra geben und die Arme nach oben geben. Die Stellung ist nicht so einfach, wie sie auf Anhieb aussieht, denn sie ist sehr anstrengend auf die Dauer für linke Oberschenkel und tiefe Bauchmuskeln und fordert auch das Gleichgewicht. Raffaella macht gerade Dakshena-Shuddha-Padasana als Gegenstellung. Um, 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 David.